Oh Gott, Freunde. Ich bin ein bisschen... Wie soll ich das jetzt formulieren? So, jetzt bitte nochmal ordentlich hier. Ist das jetzt hier unten richtig? Ich muss irgendwo hier hoch. Aber ich kann nichts sehen, weil ständig irgendwelche Flan-Werbung hier mir ins Gesicht gedrückt wird. Ja, Flan-Roid 01. Ihr seid trotzdem gleich alle hinüber. Zum Beispiel mit einem Blast-Royd. Diese. Zack. Ende. So schnell geht's? So schnell. Ein Autoxin. Ne. Wo ging's denn hier rein, bitte? Hier hinten? Sieht richtig aus. Oh Gott. Ist immer noch der Verbind-Corridor, ne? Aber sah das hier nicht mal alles anders aus? Ich hatte den Monkstempel mal anders in Erinnerung. Zum Beispiel... Hey, waren wir noch gar nicht. Oder hat sich das alles verändert? Freunde, ich hab jetzt grad keine richtige Peilung, was jetzt hier los ist. Leute, das Spiel macht mich psychisch ein bisschen kaputt. Und ich hoffe, das ist okay für euch, oder? Oder auch nicht. Ja, gab jetzt ein Level-Up. Das hab ich mal überblättert. Autolive. Schade ist eigentlich, dass das Crystal Flan jetzt grad gar nicht drankommt. Jetzt sind wir im Monkstempel. So. Pass auf. Gehen wir hier runter. Leute. Ich bin aufgeregt. Ein bisschen extra. I'm so... Was ist das denn? Brie Kitty? Die hab ich noch nie... Freunde, die hab ich noch nie gesehen. Brie Kitty? Are you fucking serious? Ich kenn die nicht. Ich kenn die nicht. Aber die sind genauso schnell hinüber wie alle anderen hier. Siehste? Oh, Leute. Ich bin jetzt jetzt... Gebt mir ein bisschen die Pumpe, muss ich sagen. Ich war hier noch nie. Noch nie. Never ever in my life. Oh Gott, oh Gott. Was ist jetzt los? Wieso hab ich denn in der Exploration Quest jetzt ein S? Da gab's gar kein A plus und A plus plus. Oder wie? Oh Gott, Freunde. Ich bin ein bisschen... Wie soll ich jetzt sagen? Wie soll ich das jetzt formulieren? Da reingehen? Los. A plus. Oh Gott. Ach du Scheiße. Was ist denn jetzt los? Erstmal Rissus plus. Wer ist dat? Wat ist dat? Äh. Eclipse. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin ein bisschen... War jetzt nicht drauf vorbereitet hier. Alter, das Lack 45. Okay, ganz ruhig, Timmy. Wir schaffen das. Der hat noch nicht einmal angegriffen. Ist alles gut. Ein Regen-Drop. Er hat noch nicht angegriffen. Er hat noch nicht... Ha, das Crawler. Er hat noch nicht angegriffen. Charm, ey. Oh Gott. Oh Gott. Alte. Der haut rein. Der haut richtig drauf. Ach du Scheiße. Okay. Rabbitfoot, damit wir den ganzen super Sonderattacken erstmal ausweichen. Den Frosted Flan. Och bitte. Okay. Versuchen wir es mal mit dem Guardian. Ob der uns hier hilft, weiß ich allerdings nicht so genau. Okay. Äh. Resist Plus gilt noch. Mh. Ich weiß nicht so recht. Wir wollen nochmal Charm, ey. Mit dir mache ich ein Grand Heal, damit wir alle wieder weit vorne sind. Au, 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 au. Der haut drauf. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Mh. Trotz, dass wir uns ordentlich hochgepusht haben. War ich nicht so gut. Evo Flan darf nicht drauf gehen. Evo Flan darf nicht drauf gehen. Charm B. Okay, besser. 46 ist immer noch sehr viel, aber... Alles besser als 100. Und der haut halt auch ordentlich drauf. Mein lieber Schwan. Okay. Mh. Ah, mein Megadlock, oder? Ah, der haut ordentlich drauf. Shit. Gott, und zu viel und die erwischen uns alle. Die erwischen uns alle. Keine Chance auf irgendwelchen anderen Kram. Okay, Resist Plus ist noch drin. Ich muss wieder ein Grand Heal machen, sonst stirbt mir der Evo Flan weg. Das ist doch scheiße. Mann. Okay, mit dir mach ich jetzt, äh... Ah, was mach ich mit dir? Hm. Oh, ein bisschen beschleunigen hier. Wissen wir schneller zum Zug kommen. Okay. Gilt bei uns noch? Weiß ich nicht. Habe jetzt fast ein bisschen das Gefühl, das nicht. Und nochmal Charm B. Und, äh, mit dir können wir jetzt nochmal Eclipse machen, dass du ein bisschen schwächer wirst. Zieh's dir nämlich nur noch 40 ab. So, und einfach mal einen Loot Drop, weil was könnte. Evo Flan, ich denke nicht. Okay, wir haben das Maximum im Regen Drop erreicht, wo ich mich grad ein bisschen frage, wieso eigentlich? Ich mach nochmal einen Resist Plus. Safe ist safe. Und nochmal Eclipse ist okay. Ja, mit 2, 3 kann's bleiben. 34 ist okay. Ja, der wird halt kaputt gecountert, so ein bisschen. Wir machen, ähm, Charm C. Und ich muss dringend Clock Slap machen. Hm. Clock Slap. Danke. Ich bin guter Dinge gerade. Okay, Regen Drop bringt's nicht mehr. Schade eigentlich. Weiß nicht genau, woran's liegt, aber... Oh nein. Da klebte grad ne 21 drin. Hab ich schon gedacht, das stürzt gleich alles ab hier. Ähm. Charm A nochmal. Da muss ich gleich... Oh, ich hätte Charm B machen sollen. Oh, fuck. Das war nicht so gut jetzt. Oh nein. Nicht kleben bleiben, Schrift. Du machst mir Angst. Oh, guck's. Alles stirbt. Oh nein. Leute. Wieso? Was? Ich hab Angst auf den... Auf... Äh. Ich kann hier nichts drücken. Oh, fuck, ey. Oh nein. Ach, fuck, Leute. Echt. Ich muss abbrechen. Ich kann hier nichts drücken. Und bevor ich hier den Pfeil... Also hier das Häkchen drücke, dann höre ich lieber auf. Schade. Wir waren auf einem guten Weg. Hatten uns schon ordentlich gepusht. Ich werde jetzt mal Escape drücken. Wir sehen uns gleich wieder, hoffentlich am Anfang vom Monk's Tempel. Bis gleich. Tschüss. Geil. Hervorragend. Okay. Wir sind wieder direkt am Monk's Tempel. Und es ist immer noch der Boss da. Und wir haben ASSA. Esser. Und wir probieren es gleich nochmal. Vielleicht stürzt der... Das Kampfsystem jetzt mal nicht ab. Das wäre natürlich schon schön. Okay. Und es gibt einen Superflank gleich zu Beginn. Brauche ich aber nicht. Erstmal Resist Plus. Wobei... Ich bin mir nicht so sicher bin, ob der das überhaupt kann. So. Mit dir mache ich erstmal eine Eclipse. Damit der ein bisschen schwächer ist. Und mit dir mache ich ein... Ich glaube, das Resist Plus war gerade ein bisschen sinnlos. Wenn mich nicht alles täuscht. Mal sehen. Oh, Guardian. Komm, lass mir den Evo-Flan nochmal ran. Bitte. Shit. Jetzt habe ich keinen, mit dem ich Charm A machen kann. Es sei denn, ich hole den mal irgendwie zurück. Aber ich weiß nicht, wie. Ja, mit dem Life Drop. Aber das ist auch wieder Mist. Gut. Dann probieren wir erstmal Rabbit Foot. Damit die anderen ein bisschen länger überleben, hoffentlich. Oh, 93. Ey, krank. Okay. Life Drop. Was anderes bleibt nicht übrig. Gleich schon wieder hinüber. Hervorragend. Das lief eben besser. Hm. Oh, ich kippse. Jetzt ist der Guardian weg. Ich glaube, wir haben es gleich ein bisschen verschissen. Oh, Chance hier. Und es hat irgendwie 20 gebracht. Ey, sinnlos. Ja, nee, das war nichts. Ist aber auch ein bisschen krass, was der kann. Muss man jetzt mal dazu sagen. Okay, er kann scheinbar uns doch tödlich treffen. Weiß jetzt nicht, wieso wir am... Also, das sah mal anders aus hier. Muss ich mal ehrlich sagen. Was ist hier jetzt? Kann man rein, aber das war es auch. Hm, komisch. Alles komisch hier. Okay. Aber ich bin nicht so verzweifelt wie beim... Wie beim Death Pudding. Das muss man da dazu sagen. Aber in der Battle Quest haben wir immer noch ein A. Also... Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Okay, aber hier können wir wieder Schema F machen. Guardian. Blasteroid. Und dann ist hier gleich Feierabend. Bam. So. Ich hoffe, alle Aufzeichnungen, die hier noch liefen, laufen auch noch. Und wir probieren es nochmal. Ein Glück, dass der Weg nicht so lang ist. Das war bei Death Pudding alles ein bisschen schlimmer. So, ich mach mit dir erstmal Charm B. Damit er uns nicht komplett die Fresse zer... Alter, fünf Sekunden. Ernsthaft? Das ist doch sinnlos. Drei. Zwei. Wir sind gleich hin. Klar, und dann zählt der nicht mehr runter ordentlich bis null. Das kann ich ja gebrauchen, ey. Boah. Krass aus. Drei. 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 Vielen Dank.